Liebe Hanna, wir kommen gerade aus unserem Österreich-Urlaub zurück und du glaubst gar nicht, wie erholsam es war. Wir dachten immer, so einen Urlaub stressfrei zu planen ist unmöglich. Du kennst das doch auch. Erstmal die Entscheidung, wo es hingehen soll, die ganze Hektik vor der Abreise und am Ende vergisst man doch etwas. Diesmal war aber alles anders. Wir haben im DER-Reisebüro gebucht. Wir hatten eigentlich nur eine grobe Vorstellung, wie unser Urlaub aussehen soll. Aber dort sind unsere Ideen dann konkret geworden. Die Mitarbeiter waren super nett und herzlich und vor allem auch echte Reiseexperten. Wir hatten so eine tolle und individuelle Beratung, dass wir uns am Ende gar nicht entscheiden konnten. Deswegen haben sie uns alle Reiseangebote zusammengefasst und per E-Mail geschickt. Paul wollte dann natürlich noch wissen, wo man am besten klettern kann und dafür hatten sie auch einen Experten. Der saß zwar in einem anderen Reisebüro, aber dafür gab es einen Chat. Und die beiden schreiben sich nun häufiger als wir beide. Als wir uns dann entschieden hatten, haben wir im Reisebüro gebucht und dazu noch jede Menge Tipps von der Expertin bekommen. Vor Ort gab es dann auch noch eine tolle Überraschung. Paul hatte beim DER Service Center angerufen und ein romantisches Candlelight Dinner gebucht und das irgendwann spät abends. Die Mitarbeiter sind tatsächlich fast rund um die Uhr erreichbar und kennen sich echt gut aus. Wir haben auch nichts vergessen. Weder Tims Lieblingskuscheltier noch die Sonnencreme dank einer tollen Checkliste auf DER.com. Dazu gibt es noch eine echt praktische DER-App, bei der wir vorab schon alle Wanderungen planen und Kletterspots finden konnten. Und einen Ausblick aufs Wetter, den gab es auch. Wir haben echt viel per App, im Internet oder per Telefon recherchiert und geplant. Aber ins Reisebüro sind wir trotzdem immer gerne gegangen. Meine persönliche Beraterin kannte uns schon und wusste auch, wo wir noch Unterstützung brauchten. Und als wir im Hotel angekommen sind, war schon alles bereit. Wir wurden herzlich begrüßt und die Hotelmitarbeiter, die hatten schon alle Infos für uns parat. Der Bergführer hatte die passenden Helme und Tim hat beim Kinderprogramm viele neue Freunde gefunden. Eigentlich mussten wir uns nur zurücklehnen und genießen. Der Urlaub mit DER war wirklich einmalig und ich würde alles wieder genauso machen. Unser ganz persönlicher Traumurlaub. Und das Beste daran, diesmal hat er nicht mit der Rückreise geendet. Wir haben die perfekte Möglichkeit gefunden, unseren Urlaub so zu planen und zu erleben, wie wir das schon immer wollten. Probier es doch einfach mal aus. Ich kann dir versprechen, egal ob du dich persönlich im Reisebüro oder im Servicecenter beraten lässt oder das Expertenportal DER.com nutzt, es wird nicht irgendein Urlaub, sondern DER Urlaub.